Ich habe dann ein Glas Eimer Lied und dachte davon, okay, das ist okay. Autsch. Ist auch noch ein Lied drin gewesen. Ah, ja. Bäm, 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 bäm. Vier, vier und ein, okay. Haben wir. Haben wir, ist gekauft. Hallo, ein Mingli, Centos. Ja. Wir gehen jetzt nochmal das Endredium nochmal. Fuck. Ender. Ich muss pinken, zin, zin und shiny. Zin, zin und shiny. Vm, Vm, Google, Green. Okay. Wo ist das ganze, das? Tin. Hier ist auch ein Block, meine ich, mit Angel Blocks und Blaston. Das ist ein großer. Und da waren die drin. Oh, du hast das ganze, das bestimmt geschmolzen, ne? Ja. Tin. Weißt du doch. Musst du halt wieder klein machen, ist das scheißegal. Deswegen verbrenne ich, deswegen mache ich das auch nie. Deswegen verhalte ich das auch nicht. Wenn man die, wenn man die auch braucht, war mir das egal. Eins, zwei. Ich brauch noch einen. Und einen Eimer brauch ich auch. Dü, 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 schweine, seitiges Bauerhundlein. Und, flupp. Ich glaube, da ist auch noch ein bisschen was. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ah, da bekommen wir gleich vier Stück raus, okay. Oh, ja, noch ein paar mehr. Ach, fuck, jetzt hab ich auch noch weggefunden. Ich will nämlich auch noch Kisten, wo du gar nichts rausgenommen hast. Das kann auch sein. Weißer Yolo und so. Dieses Cloud-Level. So, das brennt zu lange, ich geh ihm kurz Pipi machen. Ja, hau ab. Weil du wieder nicht... Mepp. Backen. Ach, komm, wisst du was? Hier waren ja noch die Blöcke. Hier guckt die mir drauf, ja. Ich denke, das... Genau. Ups. Gut. Ich denke, das ist ä Zeit, dividiert, ne? Ich denke, wir Answer. ist mir grad vollkommen egal brauchen wir nicht mehr da war leer da war ja leer ja auch was haben wir hier was ist das sonst gibt es ja wohl nichts mehr nicht scheinbar nicht was zendus wieder nicht weiß er hört mich jetzt schon wieder nicht das hab ich schon mal gemacht und wir machen für zendus einfach ein raderspiel ist egal wenn er das mitkriegt was machen wir dann da machen wir bei zendus ein lied oder so ich weiß es noch nicht aber bei zendus ist ein bisschen blödafe und ein gros nascher und das hab ich gesehen das weiß er noch nicht zendus das hab ich gesehen doch ich hab's in aufnahme ja jokurette geholt schöne werbung von weiß ich nicht von ferrero danke für das product placement wenn ich oben ein ich habe ich nicht schirm schmecken voll geil und da jetzt scheinen die eigentlich auch als platinum äh ne nur für äh in der radio aber haben wir kein platinum ne nicht wirklich plat platinium äh du kannst platinium block mit shiny und platinium ach versuch mal ja guck mal wenn du auf platin block gehst ne guck mal wie das dann komisch mischt anscheinend kannst du wohl auch shiny block machen oder so oder du brauchst die hälfte davon ich weiß es nicht du hast alles was ich mach da wird shiny draus ab platinium oh hatten wir doch schon mal oder zumindest ein bisschen dust das weiß ich ein bisschen das hat ein oder zwei das hatten wir davon ja war ja noch aber wo genau keine ahnung guck mal ob das für die quesse zählt deswegen ne ne ich glaub nicht ich glaub das tut es nicht aber kässe weg doch ja 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 also die quesse ist fertig an legendary back genau das hab ich drin 50 cinnabar mich verarschen legendary 50 cinnabar ich muss ja erfüllen genau mach ich das so den weg wo hab ich denn einen fluid transposer noch gehabt wo hat der denn nochmal war der hier wo was wo wo das ding nochmal wo war mit 10 diamond und 10 em höher oder wo ding nochmal keine ahnung kiste oder so weiß es nicht ist immer noch ein fluid transposer bauen aber doch ich bin grad da mit dem e system fluid ne aber nicht oder transposer ah ne shitterdings elektrom legends ist das angewesen noch fangen wir auf cpu crafting systems ach kack wer war der einzige system den wir mal gebaut haben na gut ich hab neun transposer in welche kiste hast du das jetzt reingetan äh hier hinten dritte kiste von ganz rechts dritte kiste von oben ich brauch irgendwie aua hör doch auf man ich werd auch gleich würdest du nämlich nicht einen davon den letzten du hast echt ein einander klatschen ich brauch jetzt gold wo ist es weg ja kuppa kuppa wo ist es weg ja muss ich wieder zum me system latschen und wieder gold raussuchen das ist eigentlich nur notbedürftig da dass du so ein ganzer scheiß weg kann man sowas einfach ist kann ruhig nur da bleiben nein doch der herr ich finde es sehr madame hast du vergessen zu sagen nein meine damen habe ich dir sagt das ist blau das haben wir komplett das haben wir komplett wir brauchen jetzt 1000 stück sind vier enderpellen also 8 enderpellen jetzt erstmal die pflanzen die wachsen auch gar nicht ne scheiß enderlilies die können auch mal schneller wachsen der fügel der fügel